Und wir haben uns die normalen Kabel da aufteilen, je nachdem. Ja, teilt euch die Kabel auf. Wir haben sechs Module insgesamt bei fünf Minuten Zeit, bei drei Strikes. Und ja, wenn die komplexe Verkabelung kommt, dann bräuchten wir vielleicht zwei Leute oder drei Leute sogar, die das machen. Wo ist das so gerade komplexe Verkabelung? Habe ich ganz Glück gehabt hier? Nee, hier, kompliziert. Das 1, 2, 3 ABC, denke ich mal, wird ebenfalls zu Verkabelung zählen. Ja, beziehungsweise, weil da sind ja Kabel. Ja, denke auch, die nette Kabelsequenzen, also die wird auch kommen. Also ich hätte ganz gerne, wir sind ja zwei, vier, fünf Leute. Ich würde sagen, für die komplexe Verkabelung, so wie für das 1, 2, 3 ABC, jeweils zwei Personen. Also wir stellen sich alle darauf ein, dass Kabel kommen und dann kommt Masoko. Das kann auch sein. Doch. Das könnte auch sein. Ja. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich keine Ahnung von dem Spiel habe? Gar keine Schnulle. Haben wir schon oft erwähnt, dass es dafür eine Manual gibt. Dann Schnulle, im Chat, im TeamSpeak oder halt in einem normalen Chat, haben wir einmal die Anleitung. Und wir sind jetzt erstmal nur mit Kabeln unterwegs. Das heißt, du nimmst die einfache Verkabelung und liest dir die mal schnell durch. Und die anderen haben jetzt zwangsweise die Aufgabe, sich die schwere, also die komplexe Verkabelung und das 2, 3 ABC mal rein zu hämmern. Ich muss eben mal den Stream öffnen. Ich kann die komplizierte mitmachen. Ich muss eben mal kurz den Stream öffnen. Ich brauche den Link vom Stream. Welchen Link? Äh, wie? Nein, den Link vom Stream brauche ich, dass ich hier einfach mal einen Broadcast hier durch Skype durchlocken lasse. Hä? Das mache ich immer. Aber wenn ich mit Hellhut im Livestream bin, lasse ich einen Broadcast durch meine gesamte Skype-Liste durch. Das heißt, jeder bekommt einfach mal eine Nachricht. Ach, okay. Alles klar. Mehr Zuschauer sind mehr Klicks, Hellhut. Naja, und mehr Bekloppte, die versuchen rauszufinden, wie der ganze Scheiß funktioniert, was wir hier vorhaben. Also ich mache das ja eigentlich nicht so normalerweise, aber ich bin jetzt eigentlich doch sehr, sehr neugierig. Deswegen gucke ich jetzt mal kurz den Bomben an, damit wir eine Vorstellung davon haben, was das sein wird. Weil wir doch nur 5 Personen sind. Drei Dinger vorne. Drei Dinger hinten. Komplizierte, normale, normale, komplizierte und 1, 2, 3 ABC. Okay, es sind die drei, die wir halt eben wirklich gesagt haben. Oh, ja. Spiel ganz ausmachen. Das ist auch ne Möglichkeit. Das ist auch ne Möglichkeit. Also normale Verkabelung, die komplexe Verkabelung und die 1, 2, 3 ABC waren eben gerade in der Bombe gewesen. Okay. Dann würde ich komplizierte machen. Dann versuche ich mich auch mal an den komplizierten. Gucken, ob es klappt. Gut. Warte, was war jetzt am meisten? Normale Verkabelung oder wie? War aufgeteilt. Zweimal komplizierte, zweimal normal und einmal 1, 2, 3 ABC. Gut, ich nehme 1, 2, 3 ABC. Ich nehme die normalen einfach mal. Ich bleib bei den normalen jetzt bei den einfachen Sachen mal. Weil ich muss mir die anderen noch durchlesen, bevor ich da lieber Fehler mache. Mach ich was einfaches. Und es wird lustig werden, weil eben gerade mal wieder das nur über Gamepad funktioniert. Mist, erwähne ich das schon wieder nicht. Ach nein, jetzt funktioniert es wieder mit der Maus. Raustappen, reinappen, dann geht es wieder. So, seid ihr soweit? Ja, computer, bei dir ist es auch wählerisch. Jo, seid ihr soweit? Ja. Ja. Na dann, los geht's. Was sprengen wir denn heute? Äh, deine Base mal wieder. Nein, das wäre langweilig. Hier ist mal was Neues. Die Stadt, die du gerade gebaut hast. Wir haben gerade Space and Channel gespielt. Da sprengen wir einfach ins Space and Channel. Das sind ein paar Blöcke weg. Wir haben zweimal drei, eins, zwei, drei ABC. Zweimal komplexe Verkabelung und zweimal normale Verkabelung. Die komplexe Verkabelung. Alle LEDs aus. Also sechs LEDs aus. Dann haben wir ein rotes Kabel. Kein Kabel. Ein weißes Kabel. Kein Kabel. Ein rot-weißes Kabel. Und ein blau-weißes Kabel. Wir haben ein Stern, kein Stern, ein Stern, kein Stern, zwei Sterne. Kriege ich auch Feedback von euch oder hört ihr nur zu? Äh, normale Verkabelungen. Bei der ersten kannst du mir mal sagen, wie viele Kabel wir haben. Drei. Äh, drei Kabel. Oder ein rotes Kabel. Nein. Dann durchdrenne das zweite Kabel. Gut, äh, dann nochmal fünf. Ähm, sollte das letzte Kabel schwarz sein und die letzte Ziffer der Seriennummer ungerade. So durchdrennen sie das vierte. Ähm, Seriennummer ungerade, die letzte Ziffer. Vier. Also gerade und nein, das letzte Kabel ist nicht schwarz. Äh, dann das vierte Kabel. Nein, das war falsch. Was? Fünf Kabel. Sollte das letzte Kabel schwarz sein? Ah, nicht schwarz. Verdammt. Sorry. Ich hab das... Ach, ich hasse solche komplexe Texte. Es ist exakt ein rotes Kabel und mehr als ein gelbes Kabel. So durchdrennen sie das erste. Zwei rote und ein gelbes. So exakt ein rotes? Drei rote, ein gelbes. Zwei rote, ein gelbes. Zwei rote, gut. Das trifft nicht zu. Äh, gibt es keine schwarzen Kabel? Zwei rote Kabel, kappen sie das zweite Kabel. Anderfalls durchdrennen sie das erste Kabel. Also das erste. Ja. Auch falsch. Was? Dann hab ich jetzt die Orientierung verloren. Also, wir haben fünf Kabel. Wir haben kein schwarzes. Wir haben zwei rote. Wir haben ein gelbes. Ein weißes. Und ein blaues. Und die Seriennummer ist gerade. Ja, es hat ja geheißen, die Seriennummer soll ungerade sein. Sollte das letzte Kabel schwarz sein und die letzte Ziffer der Seriennummer ungerade, so durchdrennen sie das vierte Kabel. Das war nicht zutreffend. Anderfalls gibt es exakt ein rotes Kabel und mehr als ein gelbes Kabel. So durchdrennen sie das erste. Hat ja auch nicht zugetreffend. Weil es zwei rote gibt. Also, musst du weiterlesen. Sehr schön. Komplizierte Verkabelung schon gelöst? Das ist kompliziert hier gerade eben. Gibt es ein schwarzes Kabel? Das ist gut zu sagen. Hat den parallelen Port? Äh, paralleler Port vorhanden, ja. Gibt es keine schwarzen? Hast du generell schwarze Kabel? Nein. Gibt es keine schwarzen Kabel, Kabel das zweite Kabel. Haben wir das zweite schon gekappt? Jetzt ja, und das war richtig. Hahaha, scheiße. Komplizierte Verkabelung. Verkabelung müsst ihr haben. Ja, dann hau mal raus. Wie viel komplizierte Verkabelung? Äh, ja dann einmal durchtrennen. Ja. Dann hast du kein Kabel. Genau. Durchtrennen, kein Kabel. Durchtrennen, durchtrennen. Okay, nach dem dritten Durchtrennen war es schon richtig gewesen. Das vierte Durchtrennen hätte nicht sein müssen. Aber wir waren eh nur noch eine Minute Zeit. Jetzt seid ihr hoffentlich warm gelaufen. Ähm. Ja, jetzt sind wir warm. Das heißt für mich auf jeden Fall, ich muss besser... Andere, der mit mir komplizierte Verkabelung macht. Äh. Wir sollten uns abschrechen, wer die erste und wer die zweite macht. Genau, also das war jetzt erst der Probelauf. Dann mache ich die erste und dann schreibe ich mir nur die erste auf. Und Helo kann dann direkt dir die zweite sagen. Okay. Gut. Und, äh, wer macht... Das Kranken, was man gerade eben gehört hat, war der letzte Tabak, der in meiner Glück. Ja, sowas kann vorkommen. Wer hat 1, 2, 3 ABC? Ich. Wunderbar. Alles klar. Das hatten wir zweimal gehabt, also da musst du dich richtig schön drauf einstellen. Aber das müssen wir ja sowieso nacheinander durchgehen. Ja. Seid ihr bereit? Malzeit. Na dann. Halbzeit, Malzeit. Dann versuchen wir es nochmal. Jetzt bitte mehr Concentration, Masturbation. Wir haben drei Stück vorne. Erste komplizierte Verkabelung. LED aus. An. Zweimal aus. An. Aus. Aus. Blau-Weiß. Rot. Weiß. Rot-Weiß. Rot-Blau. Rot. Stern. Kein Stern. Stern. Zweimal kein Stern. Stern. Fragen? Nein. Gut. Zweite komplizierte Verkabelung. LED an. LED an. LED an. Aus. An. Aus. An. Aus. Weißes Kabel. Weißes Kabel. Rot-Blau. Kein Kabel. Blau-Weiß. Und nochmal Blau-Weiß. Sternchen. Sternchen. Zweimal kein Sternchen. Sternchen. Kein Sternchen. Alles klar? Gut. Wir haben zwei Batterien. Wir haben keine Ports. Rein gar keine. Und die letzte Ziffer ist eine Null. Die normale Verkabelung. Sechs Kabel. Sechs Kabel. Ah, warte. Mein Auge. So. Hast du gelbe Kabel? Nein. Äh, die letzte Ziffer der Seriennummer war jetzt gerade oder ungerade? Null. Also ich würde sagen gerade. Null ist gerade? Ja. Null ist gerade. Okay. Nur wenn sie ungerade ist, soll man das machen. Gut, das ist der andere Fall. Hast du exakt ein gelbes Kabel und mehr als ein weißes? Drei weiße, kein gelbes. Okay, dann ist es nicht. Gibt es ein rotes Kabel? Eins. Gut, da gibt es nämlich keine roten Kabel. Stimmt, drei Batterien haben wir. Sorry. Probier das vierte Kabel. War korrekt. Zweite normale Verkabelung. Vier Kabel. Vier Kabel. Hast du mehr als ein rotes Kabel? Nein. Okay. Ähm... Ist das letzte Kabel gelb? Nein. Okay. Hast du exakt ein blaues Kabel? Ja. Dann durchtrennen das erste. Gut. Eins, zwei, drei, A, B, C. Äh... Rot, B. Äh... Sein lassen. Gut. Blau, A. Äh... Auch sein lassen. Rot, A. Äh... Sein lassen. Schwarz, B. Schwarz, B. Brennen. Schwarz, A. Brennen. Schwarz, A. Weiter. Blau, A. Blau, A. Durchtrennen. Okay. Blau, A. Äh... Weiter. Schwarz, C. Schwarz, D. Durchtrennen. Trennen, ja? Ja. Rot, C. Rot, C. Äh... Weiter. Gut. Erstes, eins, zwei, drei, A, B, C. Gelöst. Zweites, eins, zwei, drei, A, B, C. Blau, B. Brennen. Rot, A. Weiter. Gut. Schwarz, B. Zweimal. Trennen. Äh... Erste, Trennen. Äh... Zweite, auch. Zweite, war verkehrt. Der Rennen, nur mal gerade. Schwarz, A. Äh... Null, also ja. Äh... Schwarz, A. Ja. Jetzt müsste es dritte Schwarz sein. Äh... Dann weiter. Blau, C. Äh... Blau, C. Trennen. Okay. Blau, A. Äh... Weiter. Schwarz, A. Schwarz, A. Nennen. Äh... Blau, C. Blau, C. Weiter. Gut, das war's. Erste kommt... Erste, äh... Das wird kompliziert, Arabisch. Ja, hau rein. Welch war das? Äh, blau, weiß am Anfang. Nein, nein. Nein, nein. Äh... Ja, 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 ja. Wir waren zu langsam! Verdammt. 20 Sekunden noch Remaining nach dem zweiten 1-2-3-ABC. Ähm... So, ich bin wieder da, also ich bin neu hier. Ähm, soll ich dem 1-2-3-ABC helfen? Das müsst ihr unter euch ausmachen. Wenn du's kannst, dann kannst du dem 1-2-3-ABC, sag ich so mal. Ja, können wir probieren, ja. Dann, ähm, wenn's wieder zwei sind, kann ich ja wieder den zweiten machen, oder so. Alles klar. Dann machen wir das mit System. Wer macht denn jetzt alle ABC? Das ABC-Rätsel. Äh, ne, ne, mit und Mauer. Genau. Da hätte ich gesagt, machen wir das so wie in der Reihenfolge im Teamspeak. Dann Mauer das erste ABC und nehmen mit das zweite. Dann ist gut, warum. Dann kommt kein Durcheinander. Komplexe Verkabelung, ihr habt's aber rechtzeitig, äh, aufgelöst gehabt, beide, ne? Ja. Also ich ja. Ja, schon. Gut, alles klar. Das heißt, jetzt muss nur Paradoxon ein bisschen schneller werden. Ja, ich muss das nur mit dem Lesen hinkriegen. Und mit Schnurle zusammen. Paradoxon, du machst das erste Schnurle, du das zweite. Okay. Alles klar. Dann rubbelt eure, äh, Sachen wieder frei. Äh, hier, ne, macht eure Bleistifte. Es ist egal, die Bombe kommt. Äh, drei Kabel. Normale Verkabelung. Sechs Kabel, zweite Verkabelung. Die erste Komplexe ist, äh, alle LEDs aus. Weiß. Rot. Zweimal kein Kabel. Weiß. Blau-weiß. Stern. Dreimal kein Stern. Stern. Kein Stern. Aufgenommen? Ja. Gut. Die zweite Komplexe Verkabelung. LED an. LED aus. LED an. Dreimal LED aus. Blau. Blau-rot. Rot. Blau-weiß. Rot. Und kein Kabel. Zweimal kein Stern. Stern. Kein Stern. Stern. Kein Stern. Aufgenommen? Okay. Wunderbar. Wir haben, wir haben, ja, ich gucke ihm gerade nach. Ja, warte, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Wir haben eine Batterie, wir haben keinen parallelen Port und die letzte Ziffer ist eine sieben. So, drei Kabel, ja. Drei Kabel. Äh, hast du rote Kabel? Ja, eins. Okay, ähm, ist das letzte Kabel weiß? Nein. Ähm, hast du mehr als ein blaues Kabel? Nein. Gar keins. Okay, dann durchdrehen das letzte. Gut. Sechs Kabel. Was hast du für Kabel? Äh, gelb, rot, zweimal schwarz, weiß und blau. Äh, gut. Oh, Gott. Okay, während du noch überlegst. Erstes, eins, zwei, drei, ABC. Ein weißes, oder? Äh, ein weißes, ja. Eins, eins. Dann gibt es exakt ein gelbes und mehr, ah nein, mehr als ein. Okay. Erstes, eins, zwei, drei, ABC. Überleg so lange. Rot, A. Nein. Rot, äh, blau, B. Ja. Schwarz, C. Ja. Alles klar. Äh, schwarz, C. Ja. Blau, B. Nein. Rot, C. Nein. Blau, B. Ja. Blau, A. Ja. Okay. Rot, A. Ja. Gut. Zweites, eins, zwei, drei, ABC. Erste komplizierte hab ich. Äh, welches ist das? Ohne LEDs? Äh, alle LEDs aus. Ja. Hau raus. Äh, ja, ein. Ja, ja. Äh, okay. War fast korrekt. Das letzte, ja, war falsch. Äh, wir haben einen Strike. Äh, rot, A. Äh, blau, A. Blau, A. Blau, A. Nein. Rot, B. Äh, rot, B. Nein. Okay. Schwarz, B. Ja. Blau, A. Ja. Ja. Okay. Rot, B. Ja. Schwarz, A. Ja. Okay. Rot, C. Nein. Blau, C. Nein. Blau, A. Ja. Gut. Parallel, Parallelaport. Das vierte Kabel. Äh, Parallel, äh, Parallel, äh, Parallel, nein. Das vierte Kabel. Äh. War korrekt, sehr gut. Nur noch das letzte, kommt schon, Leute. Drei Batterien. Äh, eine Batterie. Äh, wie, um, sehr, nur mal gerade die letzte Ziffer? Äh, sieben, ungerade. Okay, äh, nicht trennen, nicht trennen, dann nicht trennen, nicht trennen, trennen, und trennen. Geschafft! Wundervoll, wundervoll! Berlin bleibt stehen, ja. Bei den komplizierten Verkabelungen, nicht so schnell cutten, gerade das letzte, weil du hattest das ja bestimmt schon gelöst, wenn du sagst, das letzte nicht. Ja, ich höre auf das, was ihr mir sagt, wir haben noch 37 Sekunden Zeit gehabt. Boah, 37 Sekunden, nicht gelinnert. Jo, jetzt wird's lustig. Identifier Computer Hacking, Note, Ranting Prevents Exploding. Sieben Module, ein Strike, fünf Minuten. Okay, ich soll euch die Tiefets machen, wieder, die letzten Male. Ich würde Passwort machen. Ja, ich würde dann schauen, was halt da ist. Ich kann Verkabelung normale nehmen, ich kann Simon Says, kann ich genauso gut machen und Display, da brauche ich halt wieder jemanden zweiten, der unten beim Lesen hilft. Ich kann Passwort oder Komplizierte machen. Wer war das ich von den Displays? Irgendeiner hat gesagt, ich, der das Lesen übernimmt bei den Displays unten. Ja, ich. Okay, ja, du brauchst nur die zweite Seite, wie gesagt, die erste Seite, wo das liegt, das kann ich, kann ich schnell genug finden. Dann nehme ich wieder Einzelreihe ABC und Ost, äh, Osteroscrew. Dann würde ich schnolen hier, ähm, einfach Verkabeln nehmen. Sind alle damit eingeteilt? Ja, schon. Sind dann auch alle bereit? Ja, 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 warum nicht? Ja, dann, legen wir los. Wie sagst du so schön, letzte Fetze. Ja, letzte mich zerfetze. Kannst du dann beim, bei den Karben direkt sagen, was für Karben das sind? Äh, kann ich nicht machen, ja. Oh, äh, Passwort. Okay. B, G, B? Quebeck, Bertha, Golf, Tango, Whisky, Kilo. Okay. Zweite. Bravo, Uniform, Lima, Janky, Oszilloskop, Victory. Okay. Romeo, Helga, Annette, Karl, Bombe, äh, Judith. Und dann sind wir durch. Okay. Quebeck, Kilo, Marta, Doofmann, Zulu, Lima. Sind wir durch. Okay. Quebeck, Whisky, Victory, Delta, Paula, Lima. Sind wir durch. Okay, gut. Labyrinth. Haben wir einen fürs Labyrinth? Kann ich machen. Ja, dann mach schnell. Ja, sag an. A1, A4, da sind die beiden grünen Kreise. Ich befinde mich auf, äh, C, A, B, C, D, D3. Oh, oh, warte. Ich muss dreimal Gas rauslassen. So. Äh, und das rote Dreieck ist auf F4. Äh, F4. Und wir haben Simon Says. Und Simon Says sagt Blau. Simon Says sagt Blau. Wir haben keinen Strike, nehme ich an. Wir haben noch keinen Strike, ja. Und, ähm, Seriennummer, Vokal oder kein Vokal? Äh, A, E, I, ja, Vokal. Vokal, äh, was leuchtet? Blau. Blau, dann Rot. Äh, Blau, Rot, dann, äh, Rot-Blau. So, Sekunde. Ich sag dir gleich, wie das läuft. Labyrinth hab ich. Äh, es war Rot-Blau. Rot ist jetzt, äh, ist gelöst. Labyrinth, sag an. Äh, ein Runter, zwei. Ein Runter, zwei rechts. Sehr schön. Dann nur noch das Passwort, bitte. Ist das gelöst? Ja, ist gelöst. Dann bitte noch das Passwort. Ja, gleich. Ja, gleich, zwei Minuten noch. Lass dir Zeit. Ich muss ja hier nur viermal Gas rauslassen. Das geht ziemlich aufs Druckorgan da hinten. Dann geh ich mal Wasser rauslassen, da hab ich auch. Viel Glück. Das geht aber auf ein anderes Druckorgan. Ja, Leute, ja. Ja, Gecko, das ist mir nicht schnell genug eingefallen, dass D-Delta ist. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, Lima, Kilo, Whisky und wat weiß ich nicht noch wat alles. Ich konnte das auch mal komplett auswendig. Gerade mische ich's durch. Also langsam bräuchte ich das Passwort. Anderthalb Minuten noch. Ja, ich krieg hier nix hinfalls raus. Nix, dass ich übereinstimmt mit dem korrekten Blatt. Das ist schlecht. Sag nochmal an. Sag nochmal an, sagt er, während ich hier die ganze Zeit Gas ablassen muss. Am Anfang, Quebec, Bravo, Golf, Tango, Whisky, Kilo und das war's. Weitere Reihe. Bravo, Uniform, Lima, Janky, Oscar, Victory. Damit sind wir durch und haben noch 45 Sekunden. Ja, reicht im Moment. Drittere, also das reicht, okay, alles klar. Ah, da unten läuft noch eins. So, venting, komplett. WB, 34 Sekunden. Da unten läuft auch. Da nicht. 25. Ich will euch ja nicht unter Druck setzen, aber ich brauche auch ein bisschen Zeit, um das einzugeben. W-O-R-D auf Englisch. Hä? Ja, probier das. Äh, da fehlt aber dann noch eins. W-O-R-D. W-O-R-L-D. Hat funktioniert. Wuhu! Jawohl. 3 Sekunden 62 Hundertstel. Alter Vater. Könntet ihr bitte aufhören, mich fast zu töten? Das würde ich... Ich hab' mir gedacht, heute spannen wir dich ein bisschen auf die Folter. Wenn ich direkt will. Würde das als Cheaten zählen, wenn man sich ein Löseprogramm dafür schreibt? Ich würd' sagen, ja. Das nächste ist Woos on First. Ambiguity and Bombs are a dangerous combination. Vier Module, ein Strike, drei Minuten drei... Ich find' das scheiße. W-Wer hat sich ein Löseprogramm geschrieben? Nein, würde es als Cheaten zählen, wenn man sich ein Löseprogramm dafür schreibt, kam die Frage im Chat. Meine Antwort, ja! Ja, irgendwie für komplizierte Verkabelung oder so, oder die Buchstaben. Ja, passt. Ja, das wäre doch langweilig. Das kann ich doch verstehen. Aber... Also, es muss jetzt wirklich alles eingeteilt sein, weil wir haben nur dreieinhalb Minuten. Im Kader hat's ja gerade noch so gereicht mit dem Labyrinth. Das war super, das hat gerade noch so hingehauen. Ne? Habe ich das richtig verstanden, dass das Level Woos on First heisst? Anna. Woos on First, ja. Das ist das mit dem Display und den sechs Knöpfen darunter. Genau. Bitte was? Mit dem was? Mit dem verschiedenen Verb, wo Lied und so weiter steht. Das ist das mit den sechs Dingern, gell? Das untere Samen C ist das Display. Das heisst, das haben wir jetzt nur? Möglicherweise. Möglicherweise, ja. Wäre witzig. Also, es sind vier Stück. Das heisst, ich brauche mindestens zwei Leute, die gut zusammenarbeiten. Ansonsten brauche ich vier Leute, die gut zusammenarbeiten. Oder sechs Leute, oder acht Leute, die gut zusammenarbeiten. Am besten alle. Am besten alle. Ja, Mauer und ich haben gesagt, wir können das machen. Okay. Dann haltet euch bereit, dann fangen wir an. Ihr wisst, wie es abläuft bei Woos on First? Ja, sicher. Es ist eh einfach hier. Also, wir müssen erstmal schauen, welches Wort bei dir drinsteht. Dann was für eine Zeile, für einen Button halt. Dann brauchen wir das Wort von dir und dann können wir mal schauen, was da... Genau, und dann mit den Dinger mit ein bisschen, also, ich sag mal, eins, zwei, drei, so in der Geschwindigkeit die Wörter um die Ohren hauen. Seid ihr beiden bereit? Ach, ist gut. Ja, klar. Wenn's wirklich nur das ist. Ja, wenn's nur das ist. Alles klar, dann geht's los. Wenn's wirklich nur das ist. Ansonsten sind alle anderen auch gefragt. Super. Zwei Module vorne, ein Modul, zwei Module. Ja, es ist nur das. Äh, nothing. Äh, nothing, links, Mitte. Hold. Hold? Ja. Mal schauen, wer das findet von uns beiden zuerst. A getrennt geschrieben. Nein, weiter. U. Nein. Nein, ein normales U, ein normales U. U. Ein normales U, ja. Okay, nein, ich war von... Nein, nochmal, nochmal. Ganz von vorne, weil... U. U. A getrennt. U. Dann. U. H. U. H. Neu Bombe, neues Glück. U. Geht los. Okay. Er hat das Bum, glaub ich, nicht gehört. Ne, anscheinend nicht. Äh, Reed. Äh, was, 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 wo, 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 R-E-A-D Rechtsmittel Rechtsmittel Mittel Ähm, Mittel Blank Ready Okay What Nothing Lead L-E-A-D Ähm, Lead E-A-D Das ist da irgendwo Rechts What Mit dem Fragezeichen You Hold You are Ja Gut, weiter Also Y-O-U-R U-U-R U-H-U-R U-H-U-R Ich hab schon weiter gesagt MAU-MAUER U-H-U-H-U-H Der hört keine auf U-R 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 im Display Äh, was? Oben links Mittel 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 Blank Read Okay What Nothing Das war Ready Boom Boom Ahhhh Ja, wenn du Ready sagst, dann hätte ich auch davor schon gehabt Hey, Leute, ich mach dich mal laut Ja, das wäre nicht schlecht, weil ich hab gesagt, weiter und dann musst du Shut up and dance Warten, bis es weiter geht Warten, bis ich das rausfinden Also wir haben vier Module, wenn wir pro Module... Wir dürfen maximal 45 Sekunden brauchen pro Module Ach du Scheiße Und das sind drei Wörter Ja, drei mal drei, äh, drei mal vier MAUER, hast du mich jetzt lauter? Ja Ja Wundervoll Dann versuchen wir's nochmal Und sobald wir jemand sieht, dass irgendwas falsch ist oder so, dazwischen Ist mir egal, Hauptsache wir machen nicht BUM Oh, alle vier auf der Rückseite, das ist ja schön They are Getrennt Also auseinandergeschrieben Wie sch sullt Jura Das selbe Das selbe?! Boom You are mit Apost... You Your You You Ne, das was... Also Ich sag das nächste Mal anders U-Apostroph-R-E. Das war's gewesen. Genau, und da steht bei mir Y-U und, ähm, das selbe. Aber dasselbe hat mich eben gerade umgebracht. Hattest du auch ein U? Also, wenn, wenn, wenn das ist, dann müsst ihr ein bisschen Abstand zwischen den Wörtern lassen. Also so, mal kurz Luft holen, Abstand. Damit ich auch weiß, dass es zwei getrennte Wörter voneinander sind, die ihr meint. Ah, ist das eklig. Ist das ekelhaft. Da war ein U, das ich nicht gedrückt habe. Ja, dann war's mal wieder mein Fehler. C-E-E. Was? C-E-E. Ah, rechts und? Rechts und. Blank. Blank, äh, white, white, genau. Mittel. Mittel haben wir. Weiter. R-E-E-D. B, links unten. Hold. Ähm, U-R, trend. Ja, weiter. U. L-E-A-D. L-E-A-D, rechts unten. Press. Press. Press, 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 press. White, mittel, yes. Was war das erste? Was war das erste? White, rechts, white. Korrekt, nächstes, Blank. Blank, rechts, mittel. Alter, hat nur einer, rechts, mittel, what? Ohne Fragezeichen. What? Ohne Fragezeichen. Findest du nicht? Da, oh ja. U-H-H-H-H. Ja, weiter. Dann, okay. You. Uh, you, wo ist you? Ähm, sure? Du, ah, warte halt. Nee, nicht, nicht, nicht. Mauer, wir sind wieder bei, im Display, you. Rechts, Mitte, first. Achso, sorry. First, 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 first. Left, okay. Yes, middle. First. Jetzt kommt jetzt rechts, first. Oben, rechts oben. Nothing. U-H-H-H-H. Right, okay. Right, ja. Alles klar. Weiter, nächstes, nächstes, nächstes. They are auseinandergeschrieben ohne ein Apostrophe oder ähnliches. Ähm, they are links, Mitte. Yes. Yes. Okay, right, u-ha-ha-ha. Middle. Weiter, 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 weiter. They are, nochmal. Links, Mitte, wieder you. Links, Mitte, wieder you. Ur, you are. Warte, was war das erste, was war das erste? Also, you are getrenntgeschrieben. Okay, nächstes. You, Apostroph, re. Im Display. Rechts, Mitte. You are auseinandergeschrieben. Also, you und Lettterste, a, re. You are. U-U-R. Next. You are. U-U-R, war korrekt. Weiter, 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 weiter. There. There. T-H-E-I-R. 50 Sekunden. T-H-E-R-E. Rechts, unten. Done. R-E? T-H-E-I-R. E-I-R. Dann ist rechts, Mitte. Like. Like. You are mit Abruf. Next. U-U-R. Hold. Weiter. You are. U-H-U-R. I-I-R, ich... You are rechts, Mitte. Right. White. With white. Da, yes. Nothing. Weiter. Yo. Y-U-U-R. 15. Rechts, Mitte. Done. 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 10. Done. 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 You are oder you. Mit Fragezeichen. Oh mein Gott, ich nehme you are. Nein, war falsch. Ihr habt mich durchaus nicht gebracht! Boom! Wir waren beim letzten, beim letzten letzten. Das hättet nicht Bomben machen müssen. U-H-U-H. Abstand. H-U-H. FOOOOOOH. Das ist das, was du nicht versprochen hast. Mauer, könntest du mich bitte noch lauter machen? Wenn Hello zackt, weiter, musst du nicht nachhalten, dass du das Wort verstehst. Wo ist denn diese Einstellung, die anderen leiser werden? Ich glaube, das ist der Fehler. Achso, da werde ich automatisch nachgepegelt, ja? Könnte sein. Mach doch auf Hello zackt anpassen und dann auf Plus, keine Ahnung, 20. Das habe ich ja schon, das ist ja das Leben. Mauer an Erde, Erde an Mauer, bitte kommen, bitte kommen, können Sie mich hören? Stopp! Weiter! Mauer, hörst du mich? Weiter! Ich... Nein, Stefan, ich will hier noch nicht weiter. Äh, ansonsten Einstellungen, Optionen, Wiedergabe... Ja, ich glaube, da muss ich... Sprachlautstärke kannst du ihm so als solches mal, volle Kanule. Nur so auf Plus 20. Nee, es müsste irgendwo... Es gibt eine Einstellung, ja. Du bist leiser, wenn ich rede. Das will ich ausstellen. Da, wenn du gehst, da rechts unten bei deinem Lautstärkensymbol auf Wiedergabe und auf Aufnahmegeräte. Das machst du am besten bei beiden. Ähm, da gehst du bei deinem Standardgerät, was du hier im Teamspeak oder bei dem Gerät, was du in Teamspeak verwendest, auf Eigenschaften. Und, ähm, dann auf Erweitert. Dann hast du da unten exklusiver Modus. Anwendungen haben alleinige Kontrolle über das Gerät. Wenn du das wegmachst, müssten die Anwendungen, zum Beispiel Teamspeak, keine Kontrolle haben mehr darüber. Warte mal, liefert mal gute Idee. Das heißt, es kann nicht lauter und leiser geschaltet werden. Hallo? Ja, sag mal was. Hallo? Hallo? Test, test, test. So, ich hab jetzt den Gesprächsleiter. Ihr werdet jetzt automatisch leiser, wenn ich rede. Das ist super. Was? Also, redet mal alle und ihr müsstet automatisch leiser werden. Also, ich müsste jetzt immer durch Mauer durchkommen. Mauer, du müsstest mich jetzt die ganze Zeit hören hier. Ja. Ich weiß jetzt aber nicht. Ich weiß jetzt aber nicht. Willst du mir blablabidi blablabla? Das ist die ganze Zeit. Der Gesprächsleiter funktioniert also super. Aber, ehrlich. Ja, ich glaube, wenn man selber redet, muss ich mich da selber dann auch mal aufgerät. Das ist, glaube ich, auch einfach nur ein Symbol. Mehr nicht. Sag mal, wenn ich jetzt Channel Commander bin, funktioniert es dann jetzt? Sag mal, irgendeiner reicht, wenn erst einer dazwischen redet. Lalalalalalalala. Hallo, hallo. Mauer ist weiter. Weiter, Mauer. Weiter, Mauer. Weiter, Mauer. Mauer weiter. Okay, reicht, reicht. Stopp, stopp, stopp. Also, hello. Ich höre dich jetzt klar. Mehr als alle anderen. Äh, okay. Leave the Head hat wahrscheinlich Mauers Einstellung, die, äh, falsch ist. Wir müssen nur kurz warten, bis er sich in den Chat übergibt, damit wir wissen, was los ist. Wer soll sich in den Chat übergeben? Ja, einmal bitte in den Chat übergeben. Im Übrigen, ihr lieben Zuschauer, ihr seid auch mit eingeladen mitzumachen. Also, dran teilzunehmen, wenn ihr Lust drauf habt. Ähm, falls bei dir die Echoabschwächung, äh, ist, mach sie aus. Echoabschwächung ist aus. Ist aus. Ich könnte mir an... Ich könnte mir auch... Hallo. Also, es könnte auch... Jetzt klappt's, jetzt klappt's. Jetzt klappt's, jetzt klappt's. Wuhu, wuhu. Dankeschön. Danke. Dann, ready, set, and go. Next bomb. Next time. Next defusing. Haltet euch bereit. Macht die TCs warm. Wir fangen an mit Reed. R-E-A-D. Äh, Reed. R-E-A-D. Rechtsmitte. Next. What? U-H-H-U-H. Okay, weiter. Okay. Ah, okay, rechts oben. Middle. Ähm, blank. Ready. Weiter. Okay. Okay. U-Lerzaste-Ar. Äh, U-A. Wo war denn das? Da, rechts unten. Rechts unten. Das gleiche. U-A auseinander geschrieben. Ohne Apostroph und mit A-R-E. Y-O-U-A. Next. Dike. U-H-H-U-H. Okay, gelöst. Weiter. Display. Äh, rechts unten. No. Blank. U-H-H-H. Wait. Ohne Fragezeichen. Weiter. Links, mitte. Links, mitte. Ja. Y-O-U-R. Ähm, U-H. U-H. Weiter. A ohne Apostroph. Say's. S-A-Y-S. Say's, äh, rechts unten. Hold. Hold. U-A auseinander. Nein. W-A-U unter Adai. Dann... Was-Was- was- ...U UN un und dann weiter, weiter chord. Auseinander, U fan. U, U-H U-H. U-U-U-H. U-R. O-K, gelöst. You're un display. Y-O-U-R. Ja, rechts mittel. No. Yes. No, blank. Ha ha ha. Wait, ohne Fragezeichen. First word, ohne Fragezeichen... weiter bei links mit schor es wo er um you are auseinanderreden you arm mit abruf holt weiter nachdenken und schuhe uhr weiter okay okay recht links uhr recht um you are auseinander geschrieben ohne apostroph y u r weiter h u h holt und rechts unten u h h u h das drücken gut weiter blank rechts mitte rechts mitte left weit left wir haben es geschafft das wäre gut danke nochmal life ahead jetzt hat es funktioniert es hat funktioniert es hat funktioniert es hat funktioniert und wir hatten noch 26 sekunden übrig gehabt das war viel das war viel so als nächstes haben wir fiendisch you have all the experience you need to defuse this you just need to execute 6 module 3 strikes 5 minuten aufteilen ok gut ich wieder keypads ich mache wieder 1,2,3 und das Osterzylescope kabelung passwort ist vorhanden wer hat jetzt noch nichts ist ja ich mache wieder sum in sales und den ersten teil vom display eventuell die normalen verkabelungen kann ich noch machen wenn was da ist die normale macht schon schnurle ah die macht schon schnurle ok ja ich mache die zweite seite vom display ok wer macht die komplizierte verkabelung haben wir jemanden verloren ich glaube wir haben jemanden verloren oder wer hat denn das vorhin die ganze zeit gemacht ich kann komplizierte verkabelung machen wenn es kein passwort gibt gut äh zusätzlich zur komplizierten verkabelung hätten wir dann noch den mauselcode pass auf ich schaue mal kurz in den mauselcode hinein wie das genau da aussieht welche seite ist das äh 12 könnte ich eventuell machen wenn keine pets kommen komm wir mal ich les mir mal den mauselcode durch mal schauen was das so geht naja lass den doch das mit den pets machen das ist doch sinnvoll die pets waren ja äh simon says ne nein ja mit der simon says hab ich ja ach die symbole meinst du ok ne die symbole gehen ja schnell die symbole gehen ja schnell ja also selbst wenn der mauselcode kommt dann kannst du die symbole danach machen nur damit ich bescheid weiß was ich dementsprechend durchgebe labyrinth hat jemand ja wer macht das labyrinth genau danke wer hat denn vorhin das labyrinth so schnell gelöst ich herzlichen Glückwunsch was hast du jetzt alles danger dragon äh ich hab jetzt die gpads den mauselcode und das labyrinth das ist vielleicht ein bisschen viel ich schau mir grad ich schaue mir grad ich schaue mir grad auch den mauselcode an wenn ich beides andere habe ich schaue mir grad den mauselcode an ich könnte das machen sollte eigentlich nicht so schwierig sein an sich könnt ihr nur aufschreiben was da hin ok dann macht Schnulle das dann macht Schnulle das gut ich brauch nur aufschreiben mit der tabelle abgleichen seid ihr alle bereit ja bereit ja na dann let's fetz auseinander mich meine stadt mein welt boah dein blick dein block ein modul haben wir schon mal auf der vorderseite das heißt die restlichen fünf sind das sechs kabel zwei blau drei rot ein schwarz verdammt wir haben den mauselcode ich geb ihn jetzt warte 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 passwort hab ich nicht ich geb den mauselcode jetzt durch lang kurz 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 lang 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 kurz 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 das war's das ist der mauselcode wir haben ähm das labyrinth ja das ist äh abcd i3 und d6 sind die beiden grün ich bin auf b2 und auf b4 ist mein ziel wir haben leider gottes diese eine schalt zeitschaltuhr die glaube ich keiner gemacht hat wo ich die sachen durchgeben muss wenn sie aktiv wird das kann ich machen gut wenn sie aktiv wird sage ich dir bescheid wir haben äh 1 2 3 abc damit fangen wir jetzt auch an rot a äh rot a ein rot a nochmal nein gut blau a nein blau c ja das war falsch die uhr die uhr ist aktiv geworden wir haben ähm a sorry wir haben an aus aus an 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 aus aus hoch 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 also einfach auf den abzeiger ja genau gut dann kann sie so bleiben so ähm wir hatten blau a und blau c jetzt war was falsch gewesen äh 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 was hast du jetzt äh okay wir haben 2 strikes äh rot schwarz äh rot schwar schwarz a schwarz a trennen blau a äh a nein schwarz a ja wir haben schwarz b äh ja schwarz a äh ja gut äh moser code wie weit bist du er macht gibt keinen Sinn gut er gibt keinen Sinn sehr gut nochmal durchgehen äh morse code hab ich 1.565 565 unser baby ist wieder die bombe ist wieder aktiv aus an aus an 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 aus an hoch bleiben bleiben alles klar gut Labyrinth äh nach links ja einen nach unten einen nach rechts einen nach unten voll wir haben 4 Buttons wir haben einmal das Upsup-Zeichen das umgedrehte Frage-Zeichen das XMMI drinne und die 6 ich bräuchte einmal die Verkabelung die normale da ist ja da ist ja 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 was hast du nochmal äh 6 Kabel 2 blau 3 rot 1 schwarz und 40 Sekunden auf die Uhr äh 4 Buttons habe ich was ist die letzte ähm was ist die letzte Ziffer der Seriennummer letzte Ziffer ist ein 0 gib mir die 4 Buttons durch äh die 6 Absatz XMMI Fragezeichen alles klar jetzt nur noch die Kabel komm 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 roten ähm auf rote 3 rote 8 Sekunden ähm das vierte geschafft auf 4 Sekunden und 2 Millisekunden das war ja das war ja ich hab alles geschafft als ich mir vorgenommen hab was war denn jetzt das Problem bei dem Moselcoat gewesen bei dem ersten der die Moselcoat okay ich hab ihn mir aufgeschrieben übrigens das hab ich unnötig zu staunen du musst die Pausen mitschreiben die der Helloth macht der hat ja lange kurz 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 dann 3 lange 2 kurze lange 3 kurze und 3 kurze das ist dann B O M B S B O M B S ganz einfach ja und rechts in der Tabelle siehst du dann halt die entsprechende Frequenz wir haben in dieser Sektion noch 2 Bomben vor uns B und O hat dich B und O und wir haben jetzt pick up the P äh pace 3 no time 1 Minute 30 4 Module 1 Strike was 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 ist pick up the pace 4 Module was ist pick up the pace was ist pick up the pace 1 Minute 30 was was ist pick up the pace wie auf das heißt wir müssen schnell machen ja aber was ist pick up the pace wir werden dieses Modul nur haben das gibt es nicht als Modul das gibt es nicht als Modul aber ich schwöne mich nein das ist einfach nur es könnte 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 es sein es könnte sein es könnte sein es könnte sein dass lauter Aufmerksamkeit suchen der Module zum Beispiel geklatscht sein könnte das könnte gut sein ja anderthalb fucking Minuten ok wir haben Button wir haben normale Verkabelung wir haben Display und wir haben 4 Buttons 6 Kabel 2 Weiß 2 Blau 2 Rot im Display steht nix im Übrigen und links oben 1 M mit dem Dreieck und dem T umgedrehtes C mit dem Punkt Lambda und A mit dem Strich unten Display wo nix drin ist Display nix drin links unten U R U R U R U R U R Bumm also es gibt es gibt dann dann gibt es U nur das U dann gibt es U R dann ist U R ja ich hab U R gedrückt aber das war Bumm ja hast du ein dann oder ein U gehabt? Ehrlich gesagt keine Ahnung naja das nächste Mal noch die Seriennummer dazugeben aber die 4 Buttons alles klar also die letzte ja kann ich machen ja sonst noch irgendwelche Wünsche? was ich so in anderthalb Minuten alles machen soll? äh Mauer ja die Position wo die 4 Buttons sind sind egal einfach nur gleich mit M und D und so keine links oben rechts oben und so ja die Erinnerung ist wie weggeblasen genau bomb dann macht's euch mal bereit äh Mauer wäre besser wenn du das in bisschen größeren Abstand lasst die Wörter vor allem diese zylten na so U R ja das sehe ich schon die sind extrem beschissen wenn wir das Display wieder haben fangen wir mit dem Display hoch an ich gebe alles andere durch aber mit dem Display fangen wir dann an weil das dauert am längsten äh hat jemand von euch einen Button? wer macht die Knöpfe? kann man mal schauen gehen was die Knöpfe zu machen was will er nur noch alles machen ja ich will die ganze Anleitung zu dir keine komplizierte Bekabelung dann Auto du machst die Knöpfe wenn es keine komplizierte gibt ja eigentlich nicht ist es ich sage die Farbe des Knopfes ich sage die Farbe des Textes und was drauf steht als Text und daran hast du die Indikatoren was ich machen darf die Farbe des Textes ist unwichtig okay dann sage ich den Text und die Farbe des Buttons und wenn du es mir sagst gedrückt halten dann sage ich dir die Farbe die da erscheint und nach dieser Farbe gibt es dann halt die jeweiligen Sequenzen wo man loslassen muss sehr einfach der Button äh Anzahl Batterie müsst du auch noch suchen ob eine oder mehr ja okay alles klar also seid ihr bereit? bereit jo ja dann gucken wir mal was wir als nächste Bombe haben wer macht jetzt Buttons? Auto ok Stern schwarz i mit u drei Schlange äh apostroph äh Absatzzeichen jo dann dann Oszilloskop drei sechs Kabel weiß blau schwarz gelb zweimal rot ähm ne drei am Ende drei ähm äh äh drei Batterien Oszilloskop drei wer macht Oszilloskop? hat keine Oszilloskop Position drei Keypad hast du dann hau raus warte u mit einem i Absatz Schlangenbrei voller Stern gut nächstes ist äh drei abgeschnitten äh die Nase mit dem Ohr da drüber oder was das sein soll das Lambda Zeichen XI äh die dritte Position ist eine 1 eine 3 äh erste Position 1 eine 2 äh die Nummer 1 dritte Position 1 1 äh Position 3 eine 2 3 äh die Zahl 2 wundervoll die nächsten Buttons oder die Kabel ähm Nummer 4 Nummer 4 gut Buttons 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 äh bumm 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 ich war ne bisschen langsam jetzt grad eben Jaaaa just a little bit wieviel war die Zeit überhaupt? 1 1,5 Minuten ah das ist ja auch krank Wenn es 2 Buttons gibt müsste es eventuell zu geben wer macht die zweiten Buttons wenn es 2 gibt? pass auf ich geb einfach beide Buttons durch fertig Ja, das wäre super Alles klar, retry Zweiter Button Alles auf der Rückseite, das ist ja super Gelber Button mit Press drin Wir haben das, nein Nein, sehe ich gar nicht ein Nein, wir haben den Morse-Code dabei, das sehe ich nicht ein Ich brauche alleine schon 30 Sekunden, bis ich über den Morse-Code habe Okay Der geht an sich relativ schnell Ja, aber es dauert zu lange, den durchzugeben Wir haben auch noch das Ostelloskop, glaube ich, gehabt Also, nein Wir müssen eine gute Bombe haben Ja, okay, beim Ostelloskop nicht Gib mir eine einfache Bombe Drei Kabel, rot, zweimal blau Gelber Button, Press C mit einem Punkt drin Das Smiley, schwarzer Stern, TB Kurz, kurz, kurz Nein, jetzt fängt es erst an Lang, kurz, kurz, kurz Lang, 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 lang Lang, kurz, 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 lang Kurz Gibt es mehr als zwei Batterien? Mehr als zwei Batterien? Es gibt genau zwei Okay Okay, ähm, drückt halten und Farbe sagen Rot Rot, äh, beliebiger Position eine Eins Alles klar Ja, hau raus Smiley, B, das ist C und der Stern Alles klar, Kabel Zweites Das zweite war das blaue Und ein rotes Ein rotes, zwei blaues, genau Sollte es mehr als ein blaues Kabel geben Durchtrennen wir das letzte blaue Kabel Ja gut, wenn du mir dann zweites sagst Dann durchtrenne ich das zweite Kabel Wenn du mir sagst das zweite blaue Durchtrenne ich das zweite blaue Kabel Bei was haben wir jetzt gefehlt? Blau, blau, rot Es waren zwei blaue und ein rotes In der Reihenfolge rot, blau, blau Verdammt, sorry Alles klar Nochmal Der Morsecode, wer der durchgekommen? Äh, ich hab mich verguckt, aber Sechs Kabel Weiß Dreimal gelb Rot Schwarz Vier Buttons Äh, Dreieck Mit M, T Lambda Blitz A und ein Strich Weißer Button mit Hold drauf Morsecode ab jetzt Nein, noch nicht Ich hasse den Morsecode Ab jetzt Nein, wo ist die Pause? Da ist die Nein, da ist die Pause Mann, ich hasse diesen Unfass Jetzt Kommt der Morsecode Lang Kurz, kurz, kurz Kurz, lang Kurz Kurz Kurz, kurz, lang Das war's Gibt es einen Leuchtenindikator mit A? Mit A? Mit K Mit der Aufschrift K Nein, gibt's nicht Nein, nein, nein Keine Leuchtenindikatoren Zwei Mehr als zwei Batterien? Nein, nur zwei Knapp gedrückt halten Blau, 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 blau Hier In beliebiger Position Äh, hier Die Pets hab ich Ja, hau raus H mit einem Lambda Blitz Und hier Das letzte, okay 17 Sekunden Die Kabel Ähm, hat es ein rotes? Ja Äh, dann das vierte Kabel Korrekt Der Morse Code Schnell, 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 schnell Fünf Vier Drei Zwei Eins Komm Schade Schade Den hast du aber Irgendwie Komisch angesagt Ja, ich hasse den Morse Code Ich will den Morse Code nicht da drin haben Das ist das, was am längsten dauert Ich muss 30 Sekunden warten Bevor der nächste Durchgabe kommt Dann dauert es 30 Sekunden, das durchzugeben Das ist schon mal eine Minute weg Dann haben wir noch 30 Sekunden, um alles zu lösen Ich versuch mal, dass wir eine Bombe finden ohne Morse Code Weil der, das geht nicht Nein, das ist Gut Das ist nicht machbar Doch, es ist machbar, aber es ist Nein Sechs Kabel Simon Says, gelb Simon Says, gelb Simon Says, Moment G-Pets hab ich Ja, hau raus Äh, Copyright, I, Half-Life, Stern Gut, ist gelöst, weiter So Verkabelung Verkabelung Ich dachte nur ein weißes Ein weißes Diamond Says ist gelb Äh, hast du gelb, hast du gesagt? Ja, gelb Ähm, Vokal oder kein Vokal? Ach, scheiße, nach Vokal müssen wir gucken Ah, ja, Vokal, 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 Vokal Vokal, äh, grün Gut Komm schon Komm schon Blau, blau, blau Sag mir, was blau ist Äh, blau ist rot Noch eins Noch eins Alter Das ist das längste Nein Das ist doch nichts Das ist doch zu kotzen Das ist doch zu kotzen Mit dem Simon Says Das war extrem lang Ich hab's bis zum fünften gelöst Bis zum vierten gelöst Und er hat mir das fünfte angezeigt Genau in dem Moment Wo er mir das angezeigt hat Was ich drücken muss Endlich Boom Ne Hä, warum Wolltest du dich schon wieder alleine lösen Ich hab's soweit alleine gelöst Aber ich hab'n Fehler anscheinend gemacht Das war mein Fehler Okay, nochmal Oh mein Gott Ist das stressig Ist das stressig Ich hab'n sehen Das Simon Says wird auch noch länger Und zögert noch weniger Buttons, EU, AE Äh, Omega Umgedrehtes E mit zwei Punkten Kabel Weiß Zweimal Rot Zweimal Gelb Oszilloskop Ne 3 Blauer Button Detonate Oszilloskop 3 Mehr als eine Batterie Warte, mehr als eine Batterie Ja, zwei Ja, haben wir Ja Äh, ne 1 Und sofort wieder loslassen Alles klar Ist gelöst Ne 3 Als, äh, in den Oszilloskop Erste Position Eins Um Er jagt ihn sofort in die Luft Schon Coast of Explosion Memory Okay Du hattest die erste Position gesagt, oder? Ja Die hab' ich gedrückt Das hab' ich gemacht Nochmal Täglich grüßt das Murmelbomber Alle auf der Rückseite Sehr schön Das macht's einfach Ein Button haben wir auf jeden Fall Äh, weiß Abort Passwort Lima X-Ray Alpha Tango Oscar Charlie Janky Lima Hotel Sierra Tango Victory Janky Achso, ja, da waren wir einmal durch Tango Alpha Echo Kilo Whisky Bravo Echo Golf Oscar Bravo India Sierra Lima Victory Sierra Papa Zulu Echo Äh, Verkabelung Einmal sechs Stück Zweimal gelb, einmal rot, einmal weiß, zweimal schwarz Zweite Verkabelung, vier Stück Ich mach' jetzt einfach mal die zweite Verkabelung Ja, vier Stück Zweimal gelb, einmal rot, einmal schwarz Schwarz Also ich frag' dich das lieber Mit T-A-R Äh, mit T-A-R Leuchtend oder nicht leuchtend? T-A-R T-A-R Leuchtend Nein, 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 nein Bei den sechs Kabel, das vierte Ähm Nein, genau zwei Knopf drücken und Farbe Weiß Ist gescheitert Position eins Ja, super, ich le- Auf letzte Sekunde löse ich zumindest ein Rätsel Ich hätte die Bumm Vierte Kabel von sechs Kabel gesagt Das vierte von sechs Gut Das war Also jetzt haben wir das Passwort drinnen Da ist mir ja dem Horsekot schon irgendwie lieber Hm, was geht jetzt schneller? Es geht schneller, wenn wir sechsmal Verkabelung haben oder so Anderthalb Minuten Scheiß-Drecksbombe Nochmal Nochmal Fünf Fünf Kabel Ähm Blau, weiß, schwarz, gelb, schwarz Hogwarts-Zeichen M Äh, Dreieck mit ein M und ein T Ein Spiegel und ein, äh Stern Äh, Stern sei jetzt schon Hier, äh, die, die Mann Die Blitz Weißer Button Holt Und They Are Ähm, mit nur Apostrophe Also They Apostrophe Re Wie ist die letzte Ziffer der Seriennummer? Letzte Ziffer der Seriennummer ist Nicht vorhanden Nein, eine 3 Okay Gibt es die Ausschrift C-A-R C-A-R-H Und rentierte Kabel Also Auto auf Englisch Mehr als zwei Batterien? Äh, gar keine Gib jetzt hab ich Sag an Äh, Spiegel, Blitz Zeig mit M und T Hogwarts Okay They They Brauch ich immer noch, ne Im Display 30 Sekunden Äh, wait Warte, welches They 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 Apostrophe Re Okay, ist gescheitert 20 Sekunden Nein, das ist Nein, das hat sich schon erledigt 20 Sekunden noch Retouren to the office Oh, 4 Module, ey Man, das hätten auch 3 Module sein können Das wäre, das wäre fair Noch mal Ich hab auf meinem Desktop irgendwie viermal das Handbuch offen Okay Viermal Absatz 6 Umgedrehtes Fragezeichen TB 6 Kabel 3 Kabel Morsecode kommt Jetzt Kurz, 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 lang, kurz, kurz, lang, kurz, lang, das war's 3 Kabel 3 Kabel Rote Rote haben wir Wir haben einen roten Das letzte ist weiß Ja Keypads habe ich Gut Keypads 6 Absatz TB 6 Kabel Das letzte Gelb Also Müsste das letzte sein Korrekt 3.582 5.582 Komm schon Beweg dich Geschafft Wir sind durch Der war was Steak Steak Ja das habe ich mir jetzt nach dieser Bombe auch verdient Mit 21 Sekunden sogar noch über Ey was soll Wir hätten uns auf vier Module nur eine Minute geben brauchen Das ist doch so viel Nur eine halbe Minute reicht doch so viele Module Gut Das letzte aus der Sektion 5 One with everything A true test of teamwork that requires all around capacity 11 Module 3 Strikes 6 Minuten 11 Module Ah hey lord Ja Hast du schon mal in den Chat geguckt Du meinst das Passwortlöseprogramm Nein Nein Ich fände das absolut langweilig Aber was du machen könntest Live The Head Du könntest uns hier unterstützen indem du mitmachst Genauso wie auch alle anderen Aber ohne den Programm Aber ohne den Programm Aber ohne den Programm Also in der Zeit Ich Pifetz und Morsecode übernehmen Ich könnt Passwort machen Ich möchte euch eigentlich nicht enttäuschen ob ich mich noch verabrede mit jemandem zum Zocken Ist eine Frau Das heißt du möchtest uns jetzt verlassen Ja Jetzt wo wir das fünfte Kapitel lösen wollen Ja Ah Wie kannst du Wer möchte verlassen Schnurrele Was hattest du Verkabelung Verkabelung Ja Und hier noch den Morsecode Aber Morsecode kann ich Ja ich kann die Verkabelung übernehmen dazu Okay Ich hab das eh schon doppelt offen Ich mach das eh die ganze Zeit schon bei Das Nein Nefi Magst du mitmachen Los komm rin Mach mit Wir brauchen mehr Leute Ansonsten haben wir gleich zwei Leute die hier alles machen Ja wie gesagt Das kann ich auch Ich hab Simon Sales und die Verkabelung und damit kann ich was anfangen zumindest Ich sehe ja Sneaky Peaky wie ich bin Ein Nefi den ich einfach hier reinziehe Wach 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 Wollte ich gerade rein Gerade wollte ich rein Ja ich war schneller Oh 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 Unser Unser Komplizierter Kabelmannes Da spielen ein paar Teamfort Anschein Sieht so aus ja Sollen sie machen Also ich mach Passwort würde ich sagen Live ist die ganze Zeit Ähm Ähm Im Chat am Schreiben und unten gammelt er im Chillen herum Anstatt dass er raufkommt und uns hilft Ja das ist ziemlich gemein von ihm Zieh den mal hoch Hehehe Nein er hat ja gesagt dass er lieber zugucken möchte Also wir zwingen ja keinen Hehehe Echt? Naja wir zwingen keinen Warum ist ein Sighthawks? Achso nein Nein Ist halt Sighthawks Ist immer nur Besuch Naja Wurde ihm grad nicht tief besorgen 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 So Haaa Das letzte Das letzte Dann haben wir nur noch zwei Kapitel Nur noch zwei Ich chill hier Nur noch zwei Ich chill hier um Ja Naja pick up the pace 4 Juggler Double Trouble Und I am Hardcore Und dann kommt 7 mit Exotic Super Ach du Scheiße Aber wenn wir das fünfte jetzt fertig haben Dann haben wir das siebte denke ich mal freigeschaltet Das heißt das können wir Dann können wir das sechste überspringen Ehhh Nein Nein Den machen wir auch Ah alles klar Sighthawks So habt ihr alles eingeteilt Ehhh Coole Frage Ich glaube schon Gehen wir mal von oben nach rund Wer macht Verkabelung? Naja Verkabelung in Simon Says habe ich Gut Knöpfe Buttons? Wer macht die Buttons? Ähm ich glaube der hat uns verlassen oder? Ne Wer hat die vorhin gemacht? Die äh Knöpfe kann ich machen wenn's Gut Ein Passwort ist oder ich das Passwort schon gelöst hab Die Pads? Ich Gut Simon Says haben wir mal Who is on first? Das ist Display mit den sechs Weitere Sachen Da brauchen wir zwei Leute Genau Genau Da war ich die zweite Seite der Ja da hab ich auch immer die erste Seite gemacht Dann hab ich drei Sachen Gut Äh erinnern Ach da bin ich Kriege ich schon hin Gut Morse Code Ja Okay Komplizierte Verkabelungen Gut übernehme ich Kabelsequenzen Ich Labyrinth Wenn ich nur eins von meinen beiden hab kann ich Ne Wir haben alles Das soll ich grad sagen Gut dann überneh dann überneh dann überneh ich hier Labyrinth Wenn keine komplizierte Verkabelung ist Wenn keine komplizierte Verkabelung ist Wir haben alles Ja Dragonfire 999 Danke für den Follow Willkommen in der Erinneranstalt Wir sprengen ein bisschen 6 Minuten Leverkus Das Problem ist wir haben es Das heißt Wenn wir was nicht haben Kann Kann Äh was springen wir überhaupt Das Niveau Okay Berlin Berlin aktuell Das Niveau machen wir aber das nächste Mal Oh nein Oh nein Das Niveau springt ja nur Ja genau da hab ich auch grad gedacht Aktuell steigt es Ich dachte mal es heißt Nivea Wie denn das Das kann nur ein Bug sein Das steigt Heloth Seid ihr alle bereit? Wir bringen euch Niveau Nein Nein Ach so Niveau Ja ich brauche einen Moment um mich vorzubereiten wegen dem Labyrinth etc Tut mir leid Das ist einfach Das würde ich auch noch machen Alles kein Problem Oh Niveau willst du springen Ich hab geglaubt du willst das Nivea springen Das Nivea ist doch schon explodiert Echt? Gut Ich dachte immer Nivea Oh ein Tipp für Planet B Ich bin ja mal gespannt was wir da haben Du sagst Bescheid wenn wir Berlin wieder springen Klepper Hab sofort hab ich Bane Also ihr seid bereit ja Keine Ahnung Keine Ahnung Ja Also ich bin ja jetzt soweit Ab sofort hast du ich Bane Ich miskratiere so und neben BÄ Ist mir einfach mal dein Dorf wieder vormohrt Weil die zu doof war das Fels aufzubauen Ja dann geht's los Ja dann geht's los Rein ins Abenteuer Alles Wir haben alles Alles Fünf Module auf der ersten Seite ist schon mal gut Gelber Button Press Passwort Passwort Sierra Romeo Uniform Kilo Charlie Janky Janky Juliet Tango Alpha Delta Hotel Tango Oscar Nochmal zwei Nochmal zwei Nochmal das zweite Janky Juliet Tango Anton oder Alpha Delta Hotel Damit sind wir durch Okay Oscar Uniform Hotel Victory Romeo Tango Okay Ja Zulu India Victory Kilo Delta Janky Ja Sierra Victory Kilo Janky Alpha Hotel Sierra What the fuck Die andere Seite ist ja auch gefüllt Ich will nicht mehr Ja ne Wo du denn? Ach Scheiße Was haben wir? C mit einem Punkt U mit einem I Absatz Drei Schlange Oszilloskop ist eine Drei Fünf Kabel Äh Äh Gelb blinkt Äh Komplizierte Verkabelung Dreimal aus Einmal an Zweimal aus Weiß Rot Blau Rot Blau Weiß Blau Weiß Zweimal kein Stern Stern Zweimal kein Stern Stern In Zwei 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 Vier Okay Ähm A IEU Ist nicht vorhanden Vier Seriellen Port Haben wir nicht Gut äh Letzte Ziffer Der Serienummer gerade Vier Also ja Okay Labyrinth Labyrinth A1 A4 B2 Bin ich Und äh D3 Ist das Rote Äh Simon Sass D3 Simon Sass ist Gelb Hä? Was? D3? Haben wir den Vokal? Nicht durcheinander bringen bitte Danke Labyrinth Labyrinth Wo ist das Ziel? D3 D3 Delta 3 Ok Äh Seriennummer Haben wir einen Vokal Oder keinen Vokal? Keinen Vokal Keinen Vokal Keinen Vokal Gelb blinkt Gelb blinkt Ja Ähm Wir haben keinen Strike Das heißt ähm Nein Blau 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 blinkt Blau sorry Achso blau blinkt Ja blau Dann nehmen wir Gelb Falsch Jetzt haben wir einen Strike Verdammt hä? Kein Vokal? Äh A i Hast du das Mo Doch ein A Oh mein Gott Ja Morse habe ich durchgegeben Ne Oder? Och komm Wir machen es nochmal von vorne Wir machen es nochmal von vorne Sorry Sorry Ich muss erstmal die schwersten finden Die gebe ich als erstes durch Es tut mir leid Ich war Also Och Nach anderthalb Minuten Action Ne Ist das jetzt zwar Entspannung Aber es ist trotzdem Stress pur Aber Genau Life The Head beschreibt genau das Problem was ich habe in Banishet 600 Nahrung in einem Haus Der Rest bleibt leer Und die teilen nicht einmal Äh Dann kannst du doch in dem einem Haus sagen dass da nur 300 Nahrung rein soll und den anderen der Rest kommt Ja tutorial for the win Dort wird nur gesagt wie ich ein Haus aufbaue aber nicht wie ich es einteile Äh Du gehst Du drückst auf Nein du drückst auf das Lagerhaus Und dort kannst du sagen wie viel eingelagert werden soll von dem jeweiligen Da sind extra Pfeile nach oben und nach unten dahinter Und wenn du die Pfeile nach unten machst dann wird es weniger was da eingelagert wird In dem Haus? Nein In dem Lager Ja im Lager ist ja nicht das Problem Im Lager ist das normale Limit zum Produzieren und einlagern ist 5000 oder so irgendwie Nur ähm die Leute gehen hinein holen sich gleich mal 600 Nahrung raus und bringen das zu einem Haus Und dann bleibt für die anderen Häuser nichts übrig Einer nimmt sich 600 Nahrung raus Das ist ein Bug das kann nicht sein Ja das hört sich sehr nach dem Feature an Gut kommen wir nochmal zurück zu unserer Bombe Bereit? Ok 600 nicht aber Ich sage die schwersten Sachen als erstes durch Ich werde es zumindest versuchen ich werde sie finden ich werde sie suchen ich werde sie vernichten Ich werde sie entschärfen Ne das hoffe ich auch Ok Passwort Janky Alpha Foxtrot Uniform Tango Delta Ok Zulu Delta Quebec Hotel Lima Victory Zulu Ok Golf Kilo Lima Papa Romeo Hotel Golf Ok Echo Tango Hotel Alpha Kilo Charlie Echo Ok Foxtrot Delta Echo Quebeck Uniform Lima Foxtrot Ok Mosecode kommt Kurz 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 4 mal kurz kurz lang kurz lang kurz 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 und das war's LED Könnt ihr schon sagen das ist ganz kurz äh Mose habe ich schon gelöst 3 515 515 515 515 Ja Gut LED an LED aus LED an LED aus LED aus LED aus LED an Mhm Weiß rot Weiß Rot blau Rot weiß Weiß Rot blau Sterne 2 Sterne 2 mal keine Sterne 2 mal Sterne 2 Batterien mehr als 2 2 oder mehr Ähm genau 2 Und Port Serien Ähm Port 9 Die 7 ist die Ende A E I O U Diesmal keine ungeraden Mistdinger gehopse Scheiße da Passwort ist T-H-R-E-E Was? T-H-R-E-E T-H-R-E-E 3 Äh hier Keypads habe ich auch Was? Keypads Was? Welche Keypads? 4 Buttons Achso 3 abgeschnitten Copyright Lambda O mit einem Kringel Habe ich fertig Hattest du schon angesagt Ja Sag ran Copyright Kringel R Lambda Copyright Kringel 3 und Lambda meinst du? Abgeschnitte 3 Alles klar Gut Ähm Labyrinth A2 Und F Äh A B C D E F F3 sind die beiden äh grün Ich befinde mich auf B2 und auf F2 ist das Ziel Gut So Dann haben wir äh Oszilloskop eine 1 Und wir haben Position 2 Position 2 ist eine 1 Wir haben eine 1 Die Zahl 4 Ist die zweite Position Wir haben eine 2 Simon Says ist grün Äh die Zahl 1 Ist die vierte Position Da brauche ich noch Informationen Die 3 Äh die 3 Äh die Position 2 Das ist eine 3 Und wir haben die 3 Äh die Zahl 3 Die 3 alles klar Wie viele was? Wie sieht der Knopf aus? Wie sieht welcher Äh rot mit weißer Schrift am Bord drauf Äh Infos für Simon Ja Vokal ja 2 Batterien Ähm wir haben genau 2 Batterien Und kein Vokal Kein Vokal Und grün hat das dir gesagt oder? Genau Wir haben noch keinen Strike Nein noch keinen Dann grün drücken Falsch Jetzt haben wir einen Strike Komplizierte Verkabelung Grün Ja hau raus Leuchtend grün Äh ein rot Trennen Ganz gut Trennen Also erstes trennen Zweites trennen Und vorletztes trennen Korrekt Bist du sicher dass wir kein Vokal haben? A E I O U Doch wir haben Vokal Oh mein Gott Boah Elrod Ja sorry Grün 1 Strike grün blau Gut Knopf drücken und Farbe Blau und roh Äh grün und rot Äh grün blau Äh blau grün Ich schmeiß mich weg Ich schmeiß mich weg Ich bin nicht in der Lage eben gerade dazu Maaaann Hast du dir explodiert? Nein ich hab's aber jetzt aufgegeben Wir hatten noch eine Minute Und hier kann mal die Hälfte der Module Ich muss mich mal kurz sammeln A E I O U Schreib dir das irgendwo auf Macht ne Donkey Kong Macht ne Donkey Kong Was braucht ihr alles an Informationen? Hier hau ich euch direkt am Anfang raus Ihr braucht A E I O U Ihr braucht die letzte Ziffer Ihr braucht die Anzahl der Batterien Und ihr braucht serieller Port Korrekt? Ja Parallel nicht seriell Nein Seriell Hau ich Oder? Parallel Ja Paralleler Port Ob der große lila ne Porta mit dabei ist Oder pink Oder whatever Die Frauen wissen das Weil seriell ist der schmale Der lange schmale Ob der drin ist oder nicht Gut Das sind die Informationen die ihr braucht Die kriegt ihr als erstes von mir an den Kopf geschmissen Jeder der sie braucht Bitte direkt aufschreiben Lass uns nochmal schauen ob noch irgendwas drin ist Also ob noch irgendwas dazu kommt Ja bitte Ähh gibt's die Aufschrift A C A R Ja klar, ich merke mir jetzt alle Aufschriften, weißt du? Nein, 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 nur diese. Wenn es diese gibt, das ist ein ganz spezieller, dann musst du bei den Knöpfen was anderes machen. C-A-R und F-R-K. C-A-R und F-R-K. Ta und fuck. Okay. Genau. Ja, ist doch so. Mehr nicht. Äh, ich hau gerade nochmal durch. Mehr sehe ich nicht. Ich fange mit dem Passwort an. Okay. Ja, Simon Says, ob wir halt Zweig haben, mehr nicht. Also die Vokale haben wir. Simon Says machen wir relativ spät. Äh, die, nach der, nach, nach dem, äh, nach dem Passwort machen wir die komplizierte Verkabelung. Beziehungsweise Morse. Erst Morse, wenn Morse ist. Das ist jetzt, was ich jetzt sagen wollte. Danach kommt Morse, außer so irgendwas anderes dazwischen noch frei. Und dann gucken wir. Lass uns anfangen. Keine Flehne, lasst uns anfangen. So, drei, vier, eins. Kein Plan ist ein guter Plan. So, ich hoffe, ihr seid bereit, denn die Bombe ist schon vor mir. Jetzt muss nur noch das Licht angehen. Nö, jetzt klappt das nicht. Vier Batterien, sechs, sieben Batterien. Wir haben ein Vokal drinne. Die letzte Ziffer ist sechs. Wir haben FRQ, wo das Lämpchen aus ist. So, wir haben bei dem Passwort. Tango, Bombe, Zulu, Janky, X-Ray, Echo. Okay. X-Ray, Zulu, Hotel, Lima, Janky, Kilo, X-Ray. Okay. Mike, Bravo, Whisky, Janky, Zulu, Romeo, Mike. Okay. Foxtrot, India, Juliet, Janky, Echo, Kilo. Okay. Echo, Victory, Mike, Romeo, Kilo, India, Echo. Okay. Morse Code ist noch nicht soweit. Jetzt, nein. Jetzt kommt dein Morse Code. Kurz, lang, kurz, kurz. Kurz. Kurz, lang. Lang, kurz, lang. Ich glaube, das war es. Nein, ich habe das letzte verkackt. Ich kann schon lösen. Ich kann schon lösen. Ich kann schon. Ja. 5-4-2. 5-4-2. Gut. Komplizierte Verkabelung. An, aus, aus. Dreimal an. Ja. Weiß, rot. Weiß, rot. Weiß. Rot, blau. Rot, blau. Weiß, blau. Ja. Kein Stern. Also kein Stern, Stern. 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 Okay. Gut. Passwort ist wieder dasselbe. Port, äh, port, 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 port. Gar kein. Okay. Passwort ist wieder dasselbe. T-H-R-E-E. Three. T-H-R-E-E. Okay. Dann haben wir das, äh, umgedrehte Fragezeichen. Absatz, T-B-X-I. Wir haben einen weißen Button mit Hold. Wir haben vier Kabel. Im Oszilloskop haben wir eine 3. Und im Display haben wir eine LED. Und, äh, wir haben Simon Says und Simon Says grün. Und wir haben das Labyrinth mit A2. F3. Der Kabel war ein A. Ich habe ein F. Ich bin auf F2. Und unser Ziel ist auf D6. F2 und D6. Dann nochmal wieder die ersten zwei. A2. F3. Keypads habe ich. Keypads waren nochmal da, ja. Absatz, E, äh, X mit einem I? Wundervoll. Damit ist es, war Vokal ein A. Das heißt, wir haben grün leuchtet. Ja. Ähm, haben wir einen Strike-Nanger? Nein. Dann ist es gelb. Okay. Zweimal gelb. Rot kommt dazu. Rot ist, Rot kommt dazu. Äh, gelb. Also grün ist dann wieder gelb und blau. Okay. Zweimal gelb, zweimal blau. Er macht es wieder alleine. Ist gelöst. Wie finde ich die Verkabelung? Dann, erst die Verkabelung. Okay. Die ersten vierte Strecken. Nein, das vierte war verkehrt. Ich schau nochmal an. Die ersten drei waren aber schon mal richtig. Zwei Stück haben wir noch. Labyrinth? Einen runter. Zwei nach links. Einen runter. Einen nach links. Einen nach oben. Einen nach links. Einen nach oben. Einen nach rechts. Einen nach oben. Zwei nach links. Vier nach unten. Zwei nach rechts. Einen nach unten. Einen nach rechts. Gelöst. Sehr schön. Ähm, vier K... Knopf drücken lassen. Knopf drücken lassen, ja. Gelb. Ähm, wenn Position fünf beim Timer. Das ist ungünstig. Okay. Ah, irgendwo eine fünf. Sehr schön. Das ist wieder perfekt. Wir sind nämlich in den letzten 50 Sekunden angekommen. Oszilloskop drei. Ja. Position drei. Ist eine zwei. Ja. Das letzte LED Lämmchen. Das letzte LED Lämmchen? Welches letzte LED Lämmchen? An oder aus? Welches? Ein Verkabelung. Komplizierte Verkabelung. Komplizierte... Ähm, an. Wir haben eine zwei im Oszilloskop. Position drei. Ist eine zwei. Das haut nicht mehr hin. Schaffen wir nicht mehr. Drei. Ähm, dritte Position. Drei. Eine Eins. Ähm, das ist Position drei. Ist eine Eins. Und eine Eins. Boom. Zahl zwei. Boom, boom, boom. Und die letzte Kabel. Juliet. Juliet, sorry. Jenky. Jenky wird mit Y geschrieben. Y-A-N-K-I-E. Jenky. Nein, mit Doppel-E. Hm. Das ist das NATO-Alphabet. Äh. Kommen wir nicht auf... Es gibt leider für mich eine kleine Planänderung, Leute. Ja? Und zwar, ähm, Simon Says muss ich leider verabschieden. Also du verabschiedest dich jetzt oder Simon Says verabschiedet dich? Ich bin das, ja. Ach, du bist Simon Says? Du bist Simon Says? Ja, bis dann Simon Says. Simon, sag mal was anderes. Oh Katze, dich wollen sie nicht retten. Dich sprengen sie jedes Mal. Ich schaue, ich schaue, dass ich Simon Says mitnehmen kann, ja? Dann habt ihr ein Modul weniger. Ja klar, Bengalius, komm rein. Jeder mehr ist eine Hilfe mehr. Also wie gesagt, ich muss mich leider verabschieden. Ich habe nämlich total vergessen, dass ich mich heute noch mit einem Kollegen verabredet habe. Dam, dam, dam. Ja, das guckt mir gerade an. Ich frage schon, wo spielst du? Wo spielst du, genau. Du spielst mir schon wieder fremd, du Sack. Ja, ich bin Fremdspieler, ich gehe ja. Natürlich, Verhellung. Na gut. Dann Leute, entschärft die Bomben bitte, danke schön. Ja, wir versuchen es. So, einer geht, einer kommt, Bengalius ist da. Ich brauche noch der Einer, Tom. Achso. Genau, und genauso wie du es jetzt geschrieben hast, Bengalius, so ist es korrekt, Janky. So, noch mal, LED. LED, ja. Ja, ich mache mir immer eine kleine Tabelle, dass ich das alles auf einmal habe. Deswegen geht das zum Teil so schnell, ja? Jep. Aber Danger Dragon hat auch was gepostet. Ja, NATO-Alphabet. Achso, NATO-Alphabet hast du gepostet. Ah, okay. Äh, Anleitung, Anleitung. Die Anleitung befindet sich im Download-Ordner. Habe ich auch die Anleitung. Habe ich auch gerade im Fernsehen. Halbe Stunde. Okay. Ansonsten, siehst du ja im Chat, 50 mal die Anleitung. Ich will dieses, ich will das heute noch schaffen. Einmal wird es gerade und jeder wird es fix. Wir müssen das heute schaffen. Okay, bin bereit. Bengalius, du übernimmst dann, was hatte Paradox alles? Äh, Simon Says. Gut, du übernimmst dann Simon Says. Ja. Was übernimmt er? Simon sagt. Senso. Achso. Gut. Katze. Ja komm, Helot, mach. Achso, dann wollen wir, ja? Ich dachte, Bengalius müsste sich noch kurz einlesen oder so. Nein, nein, ja so. Hab's. Gut, ja dann. Auf geht's. Sprengt bitte meine Katze nicht, danke. Doch, doch. Ich bin auf Katzen leer wie ich, sorry. Nicht auf meiner. Der nackten Katze? Nein. Konzentration. Moselcoat. Nein. Nein. Äh. Sierra. Juliet. X-Ray. Oscar. Kilo. Quebec. Sierra. Also einmal durch. Okay. Janky. Oscar. Zulu. Papa. Whisky. Victory. Janky. Okay. Alpha. Tango. Uniform. Sierra. Foxtrot. Kilo. Okay. Delta. Janky. Charlie. Nordpol. Golf. Foxtrot. Delta. Okay. Tango. Delta. Norbert. Juliet. Uniform. Lima. Durch. Moselcoat. Kurz. 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 Lang. Kurz. Lang. Kurz. Lang. Lang. Kurz. Dann haben wir die komplizierte Verkabelung. Zwei LEDs an. Zwei LEDs aus. Zwei LEDs an. Okay. Rot. Weiß. Blau-weiß. Weiß. Blau-weiß. Weiß. Zwei Sterne. Kein Stern. Zwei Sterne. Kein Stern. Batterien mehr als zwei? Batterien haben wir drei. Zwei. Wir haben kein A, E, I, O, U drinne. Wir haben als letzte eine Eins. Keinen seriellen Port. Gut. Passwort ist Zwei. Danke Brain Cheese Zwei für die Subscription. Warum ist da das falsche Bild drinne? Verdammte Axt. Äh, sorry. Jetzt bin ich durcheinander. Passwort ist Sound. 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 S-O-U-M-D. Ja, ist korrekt. Das Labyrinth A5. C2. Ziel ist auf C6. Äh, und wir sind auf D3. Wir haben einen... Wie hat das Sachen? Gelber Button Press. 3.595. Gelber Button 3... 595. Falsch. Äh? Das habe ich ein Fall. Ich bin... Warum ist ein falsches Bild drinne? Jetzt ist das richtige Bild drinne. Pass auf, damit das auch siehst. Machen wir mal einen lokalen Test. Gelber Button Press. Ja, ähm... Gibt es ein Indikator mit der Aufschrift SLK? An der Seite? Ja, an. Gut, dann drucken und wieder loslassen. Korrekt. Sehr schön. Äh... Ja. 3.92. Verkabelung. 3.92. Warte, 3.92. Korrekt. Komplizierte Verkabelung. Ja. Trennen, trennen, nicht trennen, trennen. Korrekt. Hogwarts-Zeichen. Umgedrehtes Fragezeichen. Spiegel. Ähm... Weißer Stern. Oszilloskop ist eine 2. Wir haben 6 Kabel. Und, äh... Was muss hier noch gelöst werden? Und Cs. Äh... Also S-A-Y-S steht im Display. Und... Ein Simon Says. Simon Says ist gelb. Aber das will ich zum Schluss machen. Simon Says machen wir zum Schluss. Ganz zum Schluss. Ja, ich rechne. Ja, ja. Gelb, 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 gelb. Die Pet habe ich auch. Ja, hau raus. Äh... Hier, äh... Spiegel, Stern, Hogwarts, Fragezeichen. Korrekt. Schwarz... Ja, Labyrinth. Okay, runter. Ja. Links. Runter, runter. Sehr schön. Ähm... Schwarz A. Äh... Ja. Rot C. Ja. Blau C. Nein. Rot A. Nein. Rot B. Nein. Sehr schön. Blau A, blau A. Zweimal blau A. Äh... Ja, nein. Gut. Blau C. Nein. Rot B. Rot B. Ähm... Nein. Schwarz A. Schwarz A. Ja. Sehr schön. Oszilloskop hat eine 2 drin. Wir haben 35 Sekunden und hätten noch 2 schwierige Sachen zu erledigen. Also nein, das wird wieder nichts. Mhm. Weil wir haben das Oszilloskop und das mit den 6 Buttons. Okay, in der Zeit, wo, ähm, die schwierige Verkabelung gelöst wird, so wie der Morse Code und das Passwort, müssen wir diese beiden schaffen. Ja, ja, bumm. Klar, bumm. Also das ist eine reine, äh, äh, Zeitfra... Uah, Katze! Ja, du bist in die Luft geflogen. Das heißt ja jetzt nicht, dass deine Gedärme hier rumfliegen müssen. Mann, ey. Kannst du nicht leise in der Ecke sterben? Wollen wir das nicht mit sich machen lassen? Wollen wir nochmal? Ja. Gerne. Na dann. Nochmals sterben. Na dann, äh, im Übrigen seid ihr jetzt alle an die Bombe gekettet. Vielleicht hilft das ja. Nein, bitte nicht. Passwort. Zulu, Papa, Whisky, Uniform, Delta, Tango. Okay. Norbert, Golf, Tango, Mama, Hotel, Romeo, November. Okay. Zulu, Oscar, Foxtrot, Echo, Victory, Lima, Zulu. Golf, Uniform, Indien, Tango, Foxtrot, Janky. Okay. X-Ray, Alpha, Tango, Romeo, Quebec, Charlie, X-Ray. Vier Kabel. Okay. Oszilloskop hat eine Drei. UR steht im Display. Labyrinth. Äh, C2 ist das Ziel. C4 ist grüner Kreis. D1 ist grüner Kreis. Und wir befinden uns auf D4. Okay. Morse Code. Jetzt. Lang. Kurz, kurz. Kurz, lang. Kurz. Kurz. Kurz, lang. Kurz, äh, lang, kurz, lang. Labyrinth? Ja. Äh, rechts. Rechts. Stopp. Zurück, zur... Habe ich gesagt, wo wir uns befinden? Ja, ne? Rechts, rechts, hoch, ja? Weiter. E4. Ja, ja. Wo bist du jetzt? Ja, jetzt bin ich zweimal nach rechts und einmal nach oben. Dann hoch, also bist du hoch in die Ecke, rechts hoch in die Ecke. Alles klar, bin ich. Dann links. Ja. Runter, links, hoch. Links, links, runter, rechts. Wundervoll. Ähm, schwierige Verkabelung. An, aus, an, an, aus, aus. An, aus, an, aus, aus. An, aus, zweimal an, zweimal aus. Okay. Weiß, rot, weiß-rot, rot-blau. Keins, rot. Weiter. Nix, drei Sterne, nix, Stern. Okay, äh, Batterien, mehr als zwei? Äh, Batterien, ja. Serieller Port, ja. Wir haben A, ein A drinne und eine 5 am Ende. Nur so am Rande mal erwähnt. Ähm, so, Oszilloskop, drei. Position drei. Ist einer zwei. Einer zwei. Äh, Position drei. Ist einer zwei. Eine eins. Äh, Zahl zwei. Position eins. Eine drei. Äh, Position drei. Ist einer eins. Eine eins. Die Zahl zwei. Wundervoll. U, R. Oben links. Ready. Yes, okay. Wort ohne Fragezeichen. Mittel, left, press, right, blank. Ja, weiter, weiter, weiter. Weiter, 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 weiter. Wir haben L, E, E, D. Unten links. Middle. Blank. Ready. Okay, Wort. Nothing. R, E, D. Red. Unten links. Yes. Okay, white. Nein, okay war es nicht. No. No. Unten rechts. No. No. Ähm, Blank. U, H, 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 H. Wait. First. Ach, scheiße. Ich habe Watt gedrückt anstatt Wait. Ich Idiot. LED. Ähm, unten links. Next. Eins oder zwei. Watt. Watt mit Fragezeichen. Ja. Boom. Ich hasse es. Irgendwie hast du den Morse doch falsch gesagt. Ich habe da kein Wort rausgekriegt. Okay. Ich hasse dieses Spiel. Hast du es schon mal erwähnt? L, E, E, D. Außer Dajak ist ein Wort. Was? Außer Dajak ist ein Wort. Dajak. Vielleicht. Also, Hello, das ist jetzt das Problem. Du hast uns in die Luft gesprengt. Wir können jetzt leider nicht mehr mitmachen. Ja, das ist schlecht. Denk mal drüber nach, warum das so ist. Ja, du hast uns drangekettet, weil du irgendeine Bombe hinschaffen wolltest. Was ist das für, was du die Bomben da dabei hast die ganze Zeit? Naja, Hauptsache ich bin schuld. Ist okay. Ja, immer doch. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Ich frage mich nur, was das für Neckel ist. Für eine was ist? Was das für eine Kette ist, um uns alle zu verbinden. Ich weiß nicht, ich wohne in Krefeld, in Nordrhein-Westfalen, wo ich da bin. Eine TNT-Kette. Eine TNT-Kette. Ihr habt eben gerade halb Deutschland gesprengt. Oder ganz Deutschland? Mit Umgebung. Welches, welcher Teil? Den guten oder den schlechten? Das wissen wir noch nicht. Noch einen Versuch? Ein Versuch machen wir noch. Gerne. Das ist der letzte für heute. Also alles auf Null. Nochmal volle Konzentration. Hogwarts, oben im Kringel. Umgedrehtes E mit zwei Punkten. Weißer Stern. Äh, Passwort. Tango. Hotel. Romeo. X-Ray. Marta. Bravo. Okay. Janky. Romeo. India. Hotel. November. X-Ray. Okay. Foxtrot. Kilo. Bravo. Oscar. Golf. Papa. Okay. X-Ray. Delta. Hotel. Papa. Zulu. Foxtrot. Okay. Hotel. Zulu. Lima. Quebec. November. Ja, November. Tango. Durch. Okay. Osseos Lohoskop hat eine 4 drinne. Wir haben 3 Batterien. Wir haben keinen seriellen Port. Wir haben A, I, I. I ist drinne und eine 1 am Ende der Seriennummer. LED an. 4 mal LED aus. LED an. Weiß. Rot-weiß. Weiß. Blau. 2 mal weiß. 2 mal aus. Also 2 mal nix. Stern. Nix. Stern. Nix. Und ich hab leider die Ports und die Batterien nicht. Äh. 3 Batterien. Keine Ports. Okay. Seriennummer. Gerade oder ungerade. Letzte Ziffer. 1. Ungerade. Danke. Passwort ist right. Äh, right. Alles klar. Keypads hab ich auch. Sekunde. Right. War richtig. Keypads da ran. Kringl. Kringl. Kringl war falsch. Kringl war falsch. Ja, ich hör es. Sterber. Also ein O mit dem Kringl dran. Hogwarts-Zeichen. Umgedrehtes E mit 2 Punkten drüber. Weißer Stern. Ach, E mit 2 Punkten. Ich hab hier Fragezeichen stehen. Äh. Äh. Im Display steht eine C. Oszilloskop ist eine 4. Position 4. 1. 2. Äh. Wieder Position 4. Ist eine 4. 1. Ja, Lines. Ist verkehrt gewesen. War Position 1. Also wir können es vergessen. Wir dürfen hier. Wir dürfen keine Fehler haben, Leute. 3 Minuten wären jetzt noch übrig. Und ich hab noch nicht mal das Morse-Ding durchgegeben. Kann ich das komplizierte Verkabelung geben? Ja, mach mal. Gut. Äh. Das dritte Kabel und das vorletzte. Das wär korrekt gewesen, ja. Pets. Okay, was haben wir noch? Wir haben alles noch sonst. Wir haben bisher zwei... Weißer hast du Labyrinth. E-Kringel-Stern-Hockwards. E-Kringel-Stern-Hockwards. Wäre korrekt gewesen, ja. Labyrinth. Äh. A2. F3. Auf E2 befinde ich mich. Auf B3 ist das Ziel. Morse-Code. Morse-Code. Lang. Kurz. 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 Lang. Kurz. Lang. Das war's. Wie ist der Knopf? Der Knopf ist weiß mit Press drinne. Gibt's eine Aufschrift mit T-A-R. Mit T-A-R. Nein. T-A-R. I-N-D haben wir nur als Aufschrift. Okay. Drücken und Farbe sagen. Gelb. Ähm. Position. Äh. Farbe. Äh. Zahl 5. Gut. Ist auch gelöst. Äh. C im Display. Äh. Oszilloskop 4. Wir versuchen's jetzt einfach. Komm schon. Äh. Zahl 1. Warum? Ey. Wobei. Achso. Die Zahl 1. Nicht die erste Position. Och Mann ey. Ich bin einfach zu fertig. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Nochmal. Was? Nochmal? Nochmal. Ah. Wieder. Also so langsam wie mir die Blätter aus. Tut mir leid. Habe ich mir auch gesagt. Ich muss ein paar Werbungsscheid schlauen. Äh. Dann kann's schwierig werden. Bravo. Zulu. Hotel. Oscar. Quebeck. Papa. Okay. Whisky. Quebeck. Charlie. Juliet. Romeo. Echo. Okay. November. Marta. Äh. Mama. Foxtrot. Foxtrot. Lima. Victory. Okay. Romeo. Marta. Anton. Oscar. Uniform. India. Romeo. Was? Äh. Jetzt nochmal wiederholen bitte. Romeo. Marta. Alpha. Oscar. Uniform. India. Romeo. Okay. Alpha. Juliet. Äh. Mama. Mama. Golf. 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 Whisky. Okay. Komplizierte Verkabelung. Ähm. Aus an. Aus an. Aus an. Okay. Okay. Blau. Weiß. Rot. Weiß. Rot. Rot. Blau. Blau. Okay. Erste und letzte Position Stern. Okay. Wie viele Batterien? Batterien haben wir zwei. Wir haben keinen seriellen Port. Wir haben ein E drinne und fünf als letzte Ziffer. Wir haben einen roten Button mit Hold draufstehen. Die Pads sind EU6AE Omega. Im Display haben wir They are auseinander geschrieben ohne Apostroph und eine 4. Im Oscilloskop. Ja. Position 4. Ist eine 1. Eine 4. Äh. Wieder Position 4. Das ist eine 3. Die Pads habe ich. Eine 1. Äh. Die Zahl 3. Ist die erste Position. Eine 1. Äh. Die Position 4. Ist eine 2. Und eine 1. Äh. Die Zahl 1. Wundervoll. Keypad. 6AE Ui. Egal. Wundervoll. Mosecodes. Wir können die komplizierte Verkabelung. Lang. Kurz. 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 Lang. So. Normale Verkabelung. 6 Kabel. 6 Kabel. 3 gelbe. 1 schwarzes. 1 blaues. 1 rotes. Was können wir lösen? Falls jemand was hat? Komplizierte Verkabelung. Wunderbar. Hau raus. Erstes nicht. Die anderen 3 danach können wir kappen. Die anderen 3 danach. Ist gelöst. Wundervoll. So. They are in Display. Mitte links. Like. You are mit Apostroph. Also. Wunderbar. Weiter. You. Bitte rechts. Done. Uhr. Uh. 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 Next. Nein. What mit Fragezeichen. Nein. Wieder neu. Nix im Display. Unten links. What mit Fragezeichen. Du. Bold. Du are mit Apost. Y. U. U. R. Dann. Uh. Uh. Du hast doch dann gesagt. Ich hab dann gedrückt. Willst du mich verarschen? Nichts im Display. Links unten. ist what mit Fragezeichen. Hallo. Mausen hab ich. Mausen? Dann gib mir mal Mausen durch. Dann mach mausen. 3.72. 572, ja. Ja. Ist korrekt. Passwort ist below. Below. Alles klar. B. D-E-E-L-O-W. Ja. Haben wir ein Labyrinth? Ja. A2. F3. Ich befinde mich auf D2 und das Ziel ist A1. Gut. Dann. 1, 2 mal nach rechts. Ja. Nach unten. Ja. 2 mal nach links. Ja. Nach unten. Ja. Links. Hoch. Links. Hoch. Rechts. Hoch. Links. Links. Wunderbar. Nichts im Display. Und what? Steht links unten. Und wir haben noch 8 Sekunden. Ähm. Und wir haben noch 3 Sachen, 4 Sachen, 5 Sachen, die gelöst werden müssen. Äh. Das ist... Oh Gott. Das ist ekelhaft. Ich... Ich... Ich weiß nicht, wie das zu schaffen sein soll. Ich... Das... Nein. Ich brauche ja alleine schon von den 6 Minuten 3 Minuten, um euch alle wichtigen Informationen durchzugeben. Und ihr müsst das Ganze dann noch lösen. Und ich muss das wieder eingeben. Und dann gibt es ja noch die beiden Spielchen mit dem Oszilloskop und mit dem Display. Und da brauchen wir auch mindestens eine Minute. Für jeweils. Weil... Da ist so 2 Minuten weg. Und die letzten Sachen soll ich innerhalb von einer Minute lösen? Da braucht man einen verdammt guten Plan. Und ich würde sagen, wir überlegen uns einen und machen morgen weiter. Neben dich. Neben dir. Der in einem anderen PS-Channel ist. Und dann teilt euch die Aufgaben auf mit dem Vorlesen. Sozusagen, ja. Da muss man schon fast zu zweit ran. Gut. Aber nee. Dann machen wir morgen einfach den nächsten Versuch. Mal schauen, ob es dann klappt. Und wir überlegen uns so lange einen Plan. Also bis dann, YouTube. Ihr dürft Tschüss sagen. Tschüss. Tschüss.